Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder dabei seid. Heute geht es um das Thema Warnungen vor Eurocollect und dessen Inkasso-Dienst NRW. Ich selbst habe hier bereits mehrfach Anrufe dieser komischen Inkasso-Firma erhalten. Hier zunächst einmal für euch der Anruf, den ihr so erhaltet. Wir haben Ihnen gerade eine sehr wichtige E-Mail geschickt. Bitte schauen Sie in Ihr E-Mail-Postfach, möglicherweise auch in Spam. Und nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Wir schicken Ihnen das nicht mehr per Post aus Kostengründen. Also diese E-Mail ist die einzige und letzte Möglichkeit, für die Sache durch Zahlung aus der Welt zu schaffen. Denn ansonsten geht das dann über die Rechtsanwaltkanzlei zugerechnet und Klage erhoben gegen Sie. Also in dem Sinne bitte schauen Sie dringend in Ihr E-Mail-Postfach. Ja, vielen Dank. So, und dann habe ich für euch mal eine Weile in meinem E-Mail-Postfach gesucht und tatsächlich auch was für euch gefunden. Ich habe euch hier mal einen Auszug der E-Mail, hier mal direkt mit reingeschnitten. Ziemlich gruseliger Aufbau. Ihr habt ein Aktenzeichen, es gibt sogar eine Anschrift und eine Telefonnummer, die funktioniert. Die E-Mail, die dient dazu, euch irgendwie Geld aus der Tasche zu leiern. Warum? Das steht ja gar nicht mal so genau. In der E-Mail steht lediglich, Sie erhalten mit gleichem Datum eine schriftliche Ausfertigung per Post an die obige Adresse. Komischerweise wurde allerdings in dem komischen Anruf, in diesem automatischen Anruf, nur gesagt, dass nichts mehr per Post kommt. Das heißt, die widersprechen sich hier schon selbst. Der nächste Punkt, der da in dieser komischen E-Mail steht, ist als nächstes halt gleich Ratenzahlung. Dann habt ihr einen Link, wo ihr direkt das Ratenzahlungsformular herunterladen könnt. Beziehungsweise ist auch direkt gleich als PDF mit angehangen. Der angebliche Gläubiger ist angeblich Advantia-Card, Mastercard, irgendwas aus England, aus UK. Okay, tja, da wüsste ich gerne, wie das zustande kommt. Denn die Mahnung oder dieses Inkasso-Schreiben geht hier gegen den Herrn Klausthaler. Der Herr Klausthaler hat aber nie irgendeinen Vertrag zugestimmt. Er geht auch gar nicht, weil der Klausthaler, der kann ja gar nicht unterschreiben. Eine richtige Adresse hat er auch nicht. Tja, aber irgendwie sind sie ja der Meinung, dass wir jetzt hier eine offene Rechnung bei irgendeiner angeblichen Mastercard haben. Ähm, tja, und ich weiß gar nicht, wie man da überhaupt dazu kommt. Naja, vom Prinzip her ist es einfach. Die verarschen euch und erstellen halt einfach irgendeine Rechnung, ohne dass es eine wirkliche Rechnung gibt. Naja, und weiter geht's dann so. Sehr geehrter Klausthaler, wie Sie bereits wissen, sind wir als vom zuständigen Gericht zugelassenes Inkasso-Unternehmen von unserem oben genannten Mandanten mit dem Einzug der offenen Forderungen beauftragt worden. Nun ja, ein Inkasso-Unternehmen wird nicht von einem Gericht beauftragt, sondern ein Gerichtsvollzieher. Ein Inkasso-Unternehmen, das beauftragt höchstens eine externe Firma. Also zum Beispiel, ihr habt bei der Telekom Schulden, ihr bezahlt die Mahnungen nicht, irgendwann flattert euch da mal eine Inkasso-Rechnung ins Haus. So funktioniert Inkasso. Aber das, was hier steht, ist kompletter Blödsinn. Weiter heißt es in der E-Mail, wir nehmen Bezug auf das Schreiben vom 27.12.2021. Bis heute konnten wir keinen Zahlungseingang feststellen. Naja, die Frage ist halt auch, wofür genau? Also zugeschickt wurde nichts, geht ja auch gar nicht, weil Adresse nicht existent und der Name sowieso schon nicht und der ganze Charakter ja nicht. Demzufolge gibt's da auch keinen Vertrag mit irgendeiner Mastercard. Ja, und demzufolge kann ja auch kein Schreiben angekommen sein. Naja, aber das behauptet man hier. Nun, ist es so, dass Inkasso-Unternehmen dazu verpflichtet sind, nachweisen zu können, dass sie ja was zugeschickt haben. Das bedeutet, dass es per Einschreiben hätte kommen müssen. Tja, aber einen Beleg oder ja irgendeinen Beweis, den findet man hier in der Nachricht nicht. Und weiter heißt es in der E-Mail, Wir fordern Sie daher nochmals auf, bis spätestens zum 4.02.2022 den Gesamtbetrag in Höhe von 171,82 Euro auf das unten angegebene Konto unter Angabe des Aktenzeichens zu überweisen. Leute, ein Scheiß werde ich. Und ihr solltet da auch ganz doll aufpassen. Nur nochmal, damit man ganz genau weiß, welches Unternehmen hier eigentlich illegal arbeitet. Die Firma nennt sich selbst Schuldner.nrw. Und der Name der Firma lautet hier Eurocollect GmbH. Die Firma gibt's tatsächlich. Und es gibt auch mittlerweile eine ganze Menge Informationen darüber bei der Verbraucherschutzzentrale. Weiter steht in der E-Mail, Grundsätzlich sind wir um eine außergerichtliche Einigung bemüht. Daher setzen Sie sich dringend mit uns in Verbindung, um eine Lösung zur Begleichung der Forderung zu finden. Ratenzahlung ist zum aktuellen Verfahrenszeitpunkt noch möglich. Ja, das bedeutet hier wiederum, man möchte, ja, Leuten, die nicht so viel Geld haben, also 171 oder 172 Euro sind ja schon eine Menge Geld, dann möchte man den Leuten die Möglichkeit geben, ja, das aufzuteilen. Damit eben hier auch eventuell Hartz-IV-Empfänger bezahlen können. Mit kleinen Häppchen. Da kann man ja dann zum Beispiel noch ein paar fette Gebühren aufschlagen. Naja, aber die Erpresser-E-Mail ist noch nicht vorbei. Weiter geht's. Nach Ablauf der Frist werden wir unserem Auftraggeber empfehlen, weitere Schritte gegen Sie einzuleiten. Wir sind befugt, Anträge in gerichtlichen Mahnverfahren und Vollstreckungsanträgen im Verfahren der Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen wegen Geldforderungen einzuschließen, des Verfahrens zur Abnahme der Vermögensauskunft und des Antrags auf Erlass eines Haftbefehls zu stellen. Mit freundlichen Grüßen, Eurocollect GmbH. Mit Ablauf der Zahlungsfrist werden die über Sie gespeicherten Adress- und Bonitätsdaten, bla 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 und so weiter. Also da steht nur noch Scheiße. Und ganz zum Schluss haben wir dann noch die Bankverbindung. Und dann steht noch Schufa-Hinweis. Eine Meldung der offenen Forderung an die Schufa erfolgt nicht. Aha. Gut, ja gut. Das stimmt hier zum Teil sogar. Also manche Sachen zumindest. Man kann ein Mahnverfahren einleiten. Man könnte eine Zwangsvollstreckung über einen Inkasso beantragen. Ja, das geht. Naja, aber solche Sachen mit Erlass auf Haftbefehl, na, da hat ein Inkasso-Unternehmen nichts mehr zu tun. Das Einzige, was das hier sein soll, ist eine Erpressung. Das ist nichts anderes als eine Erpressung. Man möchte an euer Geld. Ja, aber ihr habt nichts gemacht. Man will trotzdem euer Geld. Also das ist eigentlich nur Augenwäscherei. Und wenn man solche E-Mails bekommt, dann kann das für den einen oder anderen schon dazu führen, dass man da Angst bekommt. Nicht unbedingt erwachsene Personen müssen das nur sein. Es könnten vielleicht auch Jugendliche betreffen, die vor lauter Angst gar nichts sagen in der Familie. Denn jeder Jugendliche hat natürlich ein eigenes E-Mail-Postfach. Und wenn da sowas reinkommt, kann man eventuell schon mal Angst kriegen. Wenn da auch was mit Haft und sowas alles drinsteht, kann es passieren, dass Menschen hier einfach ohne nachzudenken bezahlen. Dabei gab es nie eine Forderung. Das ganze Ding ist nichts mehr als komplett ausgedacht. Nun ja, und dann habe ich euch auch mal die Webseite rausgesucht von dieser tollen Firma. Also mal ganz davon abgesehen, dass die Webseite aussieht wie ein billiges, kostenfreies WordPress-Design und die Aufmachung der Webseite auch nicht unbedingt. Seriosität vorheuchelt? Ich weiß es nicht. Also, dass man darauf reinfällt, ist halt auch wieder ziemlich hart. Das Problem ist ganz einfach, dass viele Menschen sich mit dem Internet nicht auskennen oder einfach Angst haben vor so etwas. Ja, oder die Augen halt einfach zumachen. Und das ist hier tatsächlich auch so eine Art Masche, die schon mehr Leute treffen könnte. Ganz einfach aus Angst. Naja, aber wenn man sich die Webseite ganz genau anschaut, seriös ist dieses Ding auf gar keinen Fall. Auch wenn es tatsächlich ein echtes Inkasso-Unternehmen zu sein scheint. Die Daten aus dem Impressum, naja, die lassen sich halt nicht wirklich überprüfen. Allerdings gibt es hierzu auch wieder viele Informationen von der Verbraucherschutzzentrale. Und hierzu habe ich euch auch nochmal einen kleinen Auszug mitgebracht, den ich euch auch nochmal vorlese. Grundsätzlich allerdings noch der Hinweis, wenn ihr eine Inkasso-Forderung bekommt, solltet ihr in jedem Fall erstmal darauf eingehen. Beziehungsweise grundsätzlich erstmal prüfen, ob es sich darum immer eine echte Forderung handelt. Gar nicht reagieren kann in manchen Fällen dazu führen, dass diese Forderung vielleicht, auch wenn es unbewusst war, doch berechtigt war und ihr euch dadurch eine ganze Menge Ehre einhandelt. Im schlimmsten Fall natürlich irgendein Schufa-Eintrag. Wenn man hier von Euro-Collect was bekommt, wäre ich jetzt allerdings in Zukunft sehr, sehr vorsichtig. Ich kann euch hier nicht genau sagen, ob das ein Unternehmen ist, das teils vielleicht auch mal seriös gearbeitet hat oder es sogar noch tut. Die Fakten sprechen allerdings vollkommen dagegen. Denn letztendlich haben wir ja hier was von einer Verbraucherschutzzentrale. Die Fälle häufen sich. Verbraucher erhalten in kurzer Zeitfolge Zahlungsaufforderungen der Inkasso-Unternehmen Euro-Collect GmbH und dem Inkasso-Dienst NRW. Es geht einschließlich der Mahn- und Inkasso-Kosten um mehr als 400 Euro, die der Ausgeschriebene zahlen soll. Aber wer steckt dahinter? Hier noch eine kurze Information. Bei mir standen jetzt keine 400 Euro drin. Kann ich euch nicht genau sagen, warum das so ist. Ob die ihre Masse ein bisschen abgeändert haben, damit man nicht so viel googeln kann, weiß ich nicht. Die Angeschriebenen sind sich sicher keine offenen Forderungen ausstehen zu haben. Also wie in unserem Beispiel. Die Schreiben einfach zu ignorieren, wäre jedoch die falsche Reaktion. Betroffene Verbraucher sollten prüfen, ob eine vertragliche Verpflichtung eingegangen wurde, deren Bezahlung eben wirklich noch aussteht. Aus den Schreiben der Inkasso-Büros müssen sich klar und verständlich der Name oder die Firma des Auftraggebers, der Zahlungsaufforderung, sowie der Forderungsgrund bei Verträgen oder eben Vertragsgegenstand und Datum des Vertragsabschlusses ergeben. Das tut es hier in unserem Schreiben zum Beispiel schon mal nicht. Was vielleicht auch darauf schließen kann, dass es Trittbrettfahrer sind und das gar nicht mehr die eigentliche originale Masche ist. Aber was auch sehr, sehr auffällig ist, kein Kasseunternehmen der Welt ruft euch mit einem Band an und labert euch irgendwelchen Kriminellen mit einem Stimmenverzerrer-Quatsch auf euren Anrufbeantworter oder auf eure Leitung. Das macht kein normales Unternehmen. Also ein normales Unternehmen, da wäre erstmal ein Mensch dran und würde nicht einfach nur sagen, ja gucken Sie mal in Ihre E-Mails und dann war es das eigentlich schon mit dem Gesprächsinhalt des ganzen Anrufs. Also ihr wisst, was ich meine. Als Forderungsinhaber taucht in den gegenwärtigen Schreiben immer wieder die niederländische Firma, so und so, mit Sitz in Maasricht auf. Kenne ich nicht die Stadt. Aber naja, nee. Also bei uns ist es eine andere Firma. Aber vielleicht hat man hier einfach nur ein paar Sachen ausgetauscht oder es ist irgendein Trittbrettfahrer, der denkt, damit kann man jetzt auch noch Geld verdienen. Die verschiedenen Webseiten wie schufaheld.com und scoreheld.com haben da wohl weitgehend irgendwas mit zu tun. Ich weiß es nicht genau. Zumindest mit der Firma, die da drinstehen soll. Ich kann es euch nicht genau sagen. Das Ganze ist hier wirklich sehr, sehr verwirrend. Aber naja. Weiter steht hier unter dem Motto, lasse jetzt einfach und schnell deine negative Schufa-Einträge löschen. Gut, das war jetzt ja auch nicht der Fall. Allerdings muss man hier, wie gesagt, aufpassen. Weiter heißt es, das Ganze kann zu einem Preis von 178,85 Euro jährlich auf einen Abo-Vertrag hindeuten. Also es ist ganz, ganz, ganz schwierig, hier irgendwie Sinn und Verstand rauszufinden. Also ich finde, es ist auch bei der Verbraucherschutzzentrale ziemlich durcheinander. Einerseits warnen sie davor, andererseits sagt man aber auch, ja prüfen musste, das schon alles. Also unterm Strich, solltet ihr ein Inkasso-Schreiben von dieser Firma bekommen, sollten erst mal alle Alarmglocken bei euch angehen. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich dieses Infovideo dazu mache. Wichtig ist, passt auf euch auf, lasst euch nicht verarschen, prüft das alles, was ihr da gemacht habt und wenn ihr sicher seid, dass ihr mit so einer Firma nichts zu tun habt, naja, dann, ja. Ihr könnt da natürlich auch anrufen, solltet ihr von denen mal irgendeine Nachricht erhalten haben. Ähm, letztendlich müssen sie euch ja Auskunft am Telefon geben. Ähm, ja. Aber seriös erscheint mir das Ganze hier auf gar keinen Fall. Ich hoffe, dass ich euch mit, ähm, ja, diesem etwas anderen, ähm, Infovideo wieder weiter aufklären könnte, dass ihr auf jeden Fall auf solche Tricks nicht hereinfallt. Grundsätzlich, wie gesagt, nochmal der Hinweis, passt auf euch da auf. Überlegt, ähm, wenn ihr solche E-Mails erhaltet, in manchen Fällen ist es ja vielleicht doch berechtigt und wenn man darauf dann nicht, ähm, ja, eingeht, dann kann es schon zu ekligen Problemen kommen. Aber grundsätzlich ist es so, dass ihr dann aber auch was per Post nach Hause geschickt bekommen habt. Bedeutet, ihr, ähm, ihr habt was in Papierform, ihr könnt das greifen und dann macht das, dann ist das Ganze auch irgendwie, ja, seriöser. Ich meine, es kann immer noch Betrug sein, aber grundsätzlich, wenn man was in der Hand hat, hat man was in der Hand. Denn es ist nicht nur einfach irgendeine E-Mail. Das ist nochmal das Problem an E-Mails, jetzt, dass man da mittlerweile gefühlt, äh, 100% nur noch Spam bekommt und überhaupt nichts Sinnvolles mehr in den E-Mails steht, wenn man da mal reinguckt. Naja. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid vor dieser Masche jetzt geschützt. Ähm, teilt es auf jeden Fall in der Familie überall. Ne, also es reicht schon, wenn es ihr erzählt, dass, ähm, solche E-Mails existieren, dass man überhaupt hellhörig wird. Familienmitglieder, die vielleicht ein bisschen älter sind oder zu jung, um sowas alleine zu machen, ähm, ähm, ihr redet mit denen darüber. Sagt denen, dass, ähm, man dann mit euch lieber erstmal drüber sprechen sollte. Vielleicht euch das Ganze auch zeigt, was da los ist. Ähm, es ist immer nochmal sicherer, wenn man da nicht alleine durch muss. Durch sowas. Ne. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir alle nie ganz verstehen werden, wie man auf sowas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Und dazu hatte ich ja auch schon im Video was erklärt. Hier diese Masche könnte tatsächlich auch jüngere Familienmitglieder betreffen, die einfach vor lauter Angst, dass sie irgendwas falsch gemacht haben, bezahlen. Oder auch Ehepartner, Familienmitglieder, vollkommen egal. Da spielt Angst oftmals eine Rolle. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen hat oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke gerne noch auf das letzte Video oder schau dir gleich die komplette Playlist vom Kanal an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.